Hallo und herzlich willkommen. Ich bin die Muriel von Peppermint Pie, einem neuen Geschäft für Rockabilly Mode in München. Pastellfarbene Pfirsiche und Pfirsichblüten zieren dieses kornblumenblaue Kleid mit Spaghetti-Trägern. Die Träger lassen sich variabel mit Schleifchen binden und ein Hut dazu in derselben Pastellfarbe wie die Pfirsiche. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da oder kommt uns einfach mal besuchen. Wir würden uns sehr freuen.